Oh, schön hier. Oh, guck mal hier, guck mal hier. Hier ist es richtig nass, richtig nass ist es hier. Aber hier ist es nicht ganz so nass, hier ist es nur so ein bisschen klamm. Aber hier hinten, hier wird es wieder Klammer. Ey, ich frage mich echt, warum die das nicht hier Ferrero Cher einfach genannt haben? Wahrscheinlich wegen Markenrechts-Extremismus. Wo ist Mario? Ich habe ein Handout für ihn vorbereitet. Wer bist du denn? Ich mache Donkey Kongress. Ah, okay. Naja, ich würde dir ein bisschen Geld geben. Ja. Dann musst du in Zukunft nicht jeden Cent rumdrehen. Boah, Alter. Langsam wird kalt, oder? Jetzt, komm, jetzt zieh doch mal die Jacke an. Zieh sie doch einmal an jetzt bitte. Das ist eine Mal. Ja. Sonst trage ich die Jacke nie. Boah, da ist irgendein Scheiß im Wasser, Alter. Was ist denn das? Ist das irgendeine Pyrotechnik oder sowas? Das ist der Feuerteufel. Ich guckel das mal. Oh, nicht guckeln. Du brennst noch die Schule ab. Hey, was macht denn ihr da? Fichten. Kennst du nicht? Kennst du nicht? Star Wars? Ein Fichtschwert. Wäre ein Tan nicht besser gewesen? Mit Fichten. Ah. Weißt du, was wir gerade machen? Schule schwänzen. Nein. Das ergibt was? Siehst du nicht die Schwänzen von der Schule? Ach so. Es war jetzt tatsächlich relativ schwer, das zu halten mit links. Es hat ein relativ hohes Geficht. Ja. Ach so. Na gut, dann machen wir die nochmal. Ach so. Und du legst es hier zur Sammeltöste bei Musik, ja? Ja, ich mache Scaffolding. Ah. Oh, ich will das. Was davon? Ja. Das würde ich nicht essen. Das ist ungesund. Davon kriegst du Krebs. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Warum kommen die in allein? Sind die dumm? Na, mach aber jetzt mal deinen Witz. Äh, jetzt geht die Schule zu Ende. Ja. Ist wieder hier so eine Szene. Was für eine Szene? Na hier. Sag, erzähl mal was lustiges. Fällt dir keinen Treppenwitz ein? Nee. Ah, fuck, Alter. Oh, jetzt sind sie die Hand hier. Ach, hallo Jesse. Ey, ich habe gerade hier den Ausländer verbrügelt. Der hat sich so gewehrt. Oh. Das tut mir jetzt richtig an der Hand weh, Alter. Ach. Oh Mann, es tut mir aber leid. Oh Mann. Skincare. Boah, das ist eigentlich ein geiler Laden. Meinst du, die haben hier WLAN? Nee. Die haben nur Wopselladen. Ah. Guck mal, hier ist ganz, ganz schmiert. Oh, ich versickere hier richtig im Morass drin. Das ist ein Marmor. Vorsicht. Mal leben, mal leben, mach doch mal mit. Nee. Mach doch mal mit. Nee, echt nicht. Ey, mit dir ist echt nicht gut Kirchenessen. Ey, mit deiner Erkältung kannst du aber nicht in die Schule, ne? Aber wir haben heute so interessante Fächer, bitte. Komm. Meinst du? Du steckst bestimmt jemand an. Ich hab aber auch fast keinen Hust mehr, ich steck schon keine an. Ich geh da jetzt einfach rein. Die ganze Schule angesteckt jetzt. Toll. Aber, Herr Rodos, ne? Mit deiner Erkältung kannst du nicht in die Schule. Heute hab ich doch so geile Fächer. Meinst du, dass jetzt geht's? Das ist nicht mehr, was ich vorhabe. Ja. Mach mal neu. Ich frag mich ja, warum die das nicht einfach Ferrero Scher genannt haben. Mach mal normal, doch. Ja, ich geh jetzt einfach in die Schule. Ach, meineine. Du kannst meine Schöne.